sie startet das ist die spiele die von denen die staaten immer das spiel zu laut ist sagt mir bitte bescheid da muss ich das irgendwie in den mache ich das in den links ein bisschen leiser in den gibt es überhaupt einstellungen bei den anderen spielen gab es keine einstellungen ist das gibt es eine einstellung sind wir schon im spiel fragezeichen das ist schon mein ding hier wo ist denn hier der sound was ist das in ihr kirche aus weiß ich nicht pilz ist ich glaube das ist ein bisschen laut ich muss mal ich muss mal ganz kurz ein bisschen leise schon was besser ok leute dann viel spaß bei ruche oder schuchel schuschel wie sagt man das schulschel hochkuchen ich kann schon mal auf kann ich irgendwie ein spieler aussuchen ich habe keine ahnung was ich machen muss ich glaube hier müssen gleich den stecker glaube ich anstecken und dann gibt es bass booster damit der aufwand das ist gut also ziel wir müssen ruche aufwachen lassen ja hallo spiele das ist auch ja ich finde ich die spiele von von dem entwickler sind super cool das ist übrigens der gleiche entwickler der mechanarium gespielt gemacht hat das ist der gleiche gewisse entwickler der gesamte rost sam rost sam rost gemacht hat 12 das ist gut guck mal ok so guck mal auf den hier ok der kriegt auch der kriegt auch eine mit dem pantoffel sag mal der hat aber jetzt diese zwei pantoffel schon geworfen wo kriegt der jetzt den nächsten pantoffel her wenn ich das nochmal drücke ok 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 ich will noch mal testen ob der noch einen pantoffel werfen kann ok geil die liegen auch die bleiben auch liegen ah ne ist weggeflogen ok was haben wir hier einen elefanten ok hat auch nicht geklappt so fernseher an ok der ist aber gut hier ne pass auf also stecker muss ich dann wohl an machen ne oh nein der macht das auch noch ok 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 also vielleicht kriegt der stromschlag wenn ich stecker an mache da kann ich nichts machen oder was hast du ich kann noch nichts machen ich kann nicht zwei sachen kombinieren ok hallo finn hallo schnüchen hallo amitaya dumm scheiße guten abend ja auch ok was was machen wir wir haben jetzt ich wäre ja eigentlich für wasser aber keine ahnung also ich habe jetzt habe ich jetzt alles versucht so war ich übrigens auch immer jeden morgen auf so war ich übrigens auch immer jeden morgen auf das ist meine kirche man muss mich jeden morgen so aufwecken immer der gefällt mir so gut ich muss mal ein foto von dem machen das ist ja sowas von knuffig der typ hier so kann ich auf dich klicken nein wir klicken auf ihn ist irgendwie erinnert mich das ein bisschen an ice age an den an das kleine was sind das eichhörnchen maschinator glaub ich ne maschinator dankeschön so ach so ok fragezeichen kann man klicken klick 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 ha 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 wir müssen glaube ich in jeder in jedem neuen level muss man glaube ich die kirche besorgen kann das sein ich glaube schon was soll ich gesagt käsebob der hat doch käsebob gesagt ganz klar der sagt doch käsebob hört doch mal ja dann machen wir anlauf hier zurück kann man nicht zurück kann man nicht zurückgehen mit dem bild schwer was auch noch wir laufen hoch anlauf das erinnert mich so heftig an an ice age und nein der sagt auch mal käsebob muss ich was machen man weiß irgendwie manchmal gar nicht was man was machen soll oder darf oder nein käsebob das ist es das ist der käsebob chat jeter hochlaufen reden hochlaufen hier schmeißen das ist käsebob ich möchte dafür ein 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 befehl im chat im channel an käsebob gehört dazu käsebob einfach ausrufezeichen käse und jetzt an den haaren ziehen war es nicht richtig reden schild hoch das ist doch noch ein bisschen jumpscare gewesen ok dann machen wir mal hier ich mag sowieso ich mag sowieso spiele adventure oder retzelspiele wo nicht geredet wird oder wo wo man nichts lesen muss was alles über über zeichensprache geht genau wie missionarium wir sind übrigens wie gesagt die gleichen entwickler ich finde das war gut so ich gehe noch mal ich weiß nicht hoch ok schild ausgraben ich habe ich übrigens auch käsebob käse jetzt kann es rausziehen da ist das im inventar ok hat's in hand was mache ich jetzt drauf springen ich habe mir das auf den kopf ok 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 nicht nicht auf den kopf sollte man nicht so ich ziehe es noch mal raus so jetzt hoch dann noch mal rausziehen haut drauf mit dem schild und jetzt natürlich dranhängen haus meister dankeschön schmeißt den hoch dann mehr kriegen wir mehr gewicht hier so jetzt von hier oben zack und jetzt runter jetzt müssen wir mal nein hey du kleine was ist das eigentlich für eine laus so sehen übrigens meine träume aus wenn ich nach so einem stream ich hinlege und schlafen will so sehen die träume aus das träume wächst das letzte das letzte spiel vom letzten sonntag haben wir schon zu ende gespielt auch wenn wir es nicht komplett gespielt haben wir haben es zu ende gespielt das hieß pilgrims pilgrims haben wir zu ende gespielt aber man hätte noch wir hätten glaube ich noch mindestens 40 wege machen können die ich nicht die ich ausgelassen habe schucke ist da ich habe mir ich habe mir ich habe mir Kinderschokolade aufgebrochen aber von einem Osterhasen ok ein ök große hilfe dieser floh ist der eigentlich immer dabei der floh der nervt der kommt mir immer meine kirche Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Und vergass' mir, das ging auch leicht. Oh mein Gott. Man weiß irgendwie nie, wann das Spiel anfängt oder ob wir schon mittendrin sind. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ha, wir haben es geschafft. Ich muss es essen. Das ist eine Flummi-Kirche. vor allem die wolken sind genauso gezeichnet wie ich das mache guck mal ganz besonders die sie genauso aus wenn ich hier zeichnen würde guck mal hier das ist genau meine zeichentechnik guten abend die auch das ding was 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 ist das nur eine tote eule das ist meine kirche hin habe ich nicht drauf geachtet ich habe keine andere sie machen muss das tue ich hier gerade schaffen wir kommen perfekt durch muss ich auf den tisch mal ich weiß nicht lass mich vorbei Nein, nein, lass mich vorbei. Schnell. Au. Nein, lass mich, nein, nein, lass mich doch vorbei. Jetzt, jetzt, schnell. Lass mich vorbei. Ja, okay. Jetzt kommt mir grad irgendwie wirklich voll auf Drogen grad das Spiel. Oh mein Gott. Was übrigens, oh, kommt über jetzt, okay. Was mir immer sehr gut gefällt an diesen Spielen. Irgendjemand hat sich das ausgedacht. Irgendjemand hat sich das ausgedacht. Ist nicht so leicht zu steuern. Mit der Maus muss ich drücken, dann geht der immer so leicht nach oben. Kimi, danke schön für die 100. Dex, wenn du nachts so auf Drogen bist, erklärt das Einiges. Was? Hallo Eule. Schön, dass du da bist. Ich hab keine Ahnung, wo ich überhaupt hin muss. Ich glaub, ich muss aber irgendwie durch diese Level fliegen. Oder muss ich mal draufklicken auf die. Ne, ne? Oh, der eine saugt einen auf. Und nun? Ah, der hier, der hier. Da rein. Und nun? Halt, tschüss. Dramoni, danke schön. Ah. Schier ein Hunde, dank Corona Schicht, Arbeit, mein Alltag ist kaputt. Oh Mist. Nein, der sackt mich ja mal auf. Geh weg von mir. Hey, der lässt mich gar nicht vorbei. Okay, dann muss ich glaub ich irgendwo unten drunter. In irgendeinen. Oh nein. Oh nein. Ich muss unten bleiben. Okay, okay, okay. Nochmal. Wurde ich nehm den hier. Mal gucken. Ah. Okay, okay. Ich hab grad keine Ahnung, was ich machen muss. Ich glaub, ich muss glaub ich irgendwie fliegen in Richtung meiner Kirche. Und muss an diesen kommigen Rätsel, äh, Hindernissen vorbei. Ich hätte eben noch was anderes aussuchen können, ne? Ich hab dieses Art Flugding ausgesucht. Oh mein Gott. Okay. Oh Gott. Ah, da ist die Kirche. Ja! Hol sie die hier. Jetzt, da ist er. Voll gut. Green Panzer, gut dacht. Okay, jetzt aber. Ich weiß gar nicht, was, 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 was wird eigentlich dieser komische, die komische Warze da? Das ist doch meine Kirche. Oh nein. Ist ein Fake. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab's hier wieder runter bekommen. Das ist voll nett, ne? Voll süßes Spiel. Okay, ich geh mal hier zur Kirche. Äh, zur Kirche zur Schnecke. Okay. Oh. Na du kleiner Mann. Natürlich nicht. Wir sind freundlich gesinnt. Hallo, Gamer. What the heck? Äh. Das ist Space Invaders, oder was ist das für ein Zeichen? Pac-Man? Tetris. Aha! Space Invaders. Das habe ich übrigens gesprochen, das Spiel. Uuuuh. Hääää. Äh, äh. Und nun? Ich kann jetzt lenken. Oh Gott. Oh Gott. Wie mache ich den kaputt? Verstehe ich nicht. Ach so. Ah, okay. Okay. Ah, cool. Könnte man echt als App-Game nehmen. So, jetzt machen wir den da oben auch noch kaputt. So, wollen wir ein blaues? Nein. Gib mir ein blaues. Nein. Jetzt gehen wir ein blaues. Nein. Geh ein blaues. Nein. Oh, das war knapp. Das ist voll gut. Das gefällt mir. Voll das gute Spiel. Das könnte man echt als App-Game machen. Gibt es bestimmt schon. Ganz sicher. Hallo, Raffi. Nein. Noch mehr? Das ist, das ist Cheaten. Okay, komm. Nein. Nein. Double, 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 K.O. Ach so, die machen die Ach so, die greifen mich an. Gib mir den grünen Saft. Gib mir deinen Saft. Nein. Nein, das zählt nicht. Okay, cool, cool, cool. Jetzt schnell, schnell, schnell. Jetzt aber. Oh mein Gott. Was für Spiele. So. Mini-Games im Spiel. Oh Gott, jetzt kommt der Endboss. Oh mein Gott. Aua. Muss ich jetzt wieder neue Farben haben? Aua. Ach, ich brauche gar nicht die Farbe, ne? Okay, jetzt. Du kleiner Geier. Ha! Gib mir dein grünes Zeugs. Nein, das ist kein grünes Zeugs. Das war grünes Zeug. Nein, das war schwarz. Mann, das ist wohl unfair. Jetzt. Okay, okay. Ha, ha, ha. Ja, hab ich geschafft. Für Android. 4,99 Euro. Gibt's das? Ehrlich? War das ein Scherz? Ja, dafür muss ich Schokolade essen. Ich muss mich selbst prämieren. Mh, mh, mh. Mh, mh, mh. Mh, 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 mh. Mh, 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 mh. Oh, nö. Was? Drei Medaillen und ich krieg was? Was ist das hier? Keine Ahnung. Eine Schraube? Ein Coin? Ich weiß es nicht. Zwei Medaillen und ich krieg einen Wein. Und hierfür ein Cookie. Ich will Kekse. Cookies. raffi hat keinen ton bei mir gehabt das wusste ich gar nicht ich will gar nichts davon hier müssen wir noch mal dahin oder kann man was anders machen oh mein gott ist wieder gefressen jetzt müssen wir weiterspielen wir gucken was die anderen games zu machen ok hat sie mir zählt ja raffi ich vergesse doch immer alles oh Digger! Oh du Shit! Wo bin ich? Oh Gott! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Hm! ... Oh Gott! ha 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 jetzt habe ich euch alle beiden hinter mir ist so gut das habe ich gar nicht gemacht nein wo wollen die hin nein nein jetzt habe ich jetzt habe ich alles ja 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 wie viel gibt es noch nicht immer drei glaube ich nur wir hatten auch drei level oh mein gott wo 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 das wollte ich eigentlich gar nicht dass es nach unten geht aber ich kann die essen easy going kommt jetzt eigentlich noch mal neu ich weiß es gar nicht sehr cool kommt in die falle kommt in die falle nein ich mache mir neue auf neue zu machen das zählt nicht jetzt aber ruhe jetzt hier im karton wo sind die anderen wo sind die da ja da oben sind noch drei verdammte hacke na warte du es müssen doch die letzten gewesen sein ich habe doch jetzt alle gefressen wo ist denn hier noch einer muss ich die killen habe doch jetzt alle gegessen oder die muss ich auch alle essen oder was okay in dieser other world okay ich habe es verstanden ich war schon gestresst so ich muss jetzt noch mal ich muss noch mal so ein spiel mal ist mit der tetris spielen man ich will doch keine mini games in spielen machen ich will doch das spiel spielen also das eben okay mama tetris auch noch ich muss also ich sage ich weiß gar nicht wofür ich diese drei medaillen brauche ich habe keine ahnung ich denke ich das nicht ich denke das ja gar nicht also ich muss nicht denke ich das auch also ich muss also ich bin das kann ich denke dass gerade schade ich muss meinen typen nur retten vor den steinen weil so würde ich niemals was das in einer stein gibt es nicht ich muss mich nur retten immer von den steinen oh nein hoffentlich ist das ist das ende oh mein gott bombe kann ich den stein schieben okay ich habe keine Ahnung was das ist ich habe keine Ahnung was das ist das ich habe keine Ahnung was das ist die Kirche ich musste hoch Ich muss da hoch, 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 ja, so, äh, ich hab keine Ahnung, was, 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 geh mal hier holen, komm. Hat jemand eine Ahnung, was ich machen muss? Kimi, dankeschön, Drogen. Cheer 100 Drogen. Habt ihr eine Ahnung, was ich machen muss? Kirche für was? Was ist denn das hier? Was bringt mir das denn alles? Also hier nicht Kirche, äh, Kuchen 1. Und Wein 2. Ich hab jetzt 3. Wir haben jetzt 3, dann nimm mal auch 3. Willst du eine Uhr kaufen? Und? Kessebob! Jetzt! Ist das eine Pille gewesen? Jetzt verstehe ich das, okay. Ich hab das aus wie eine Schraube. Nein! Nein! Jetzt hab ich keine Hände. Oh Gott! Ha! Boah, das ist unfair! Der Erzfeind! DJ! DJ! Okay, was haben wir hier? Huh? Wer hat schon mal einen Hund gehabt? Ich habe ja damals immer Hunde gehabt. Da machst du auch immer, du bleibst da sitzen. Und dann gehst du und der Hund kommt dann hinter dir her. Du bleibst da sitzen. Du bleibst, du bleibst, du bleibst. Der arme, der tut mir voll leid. Der kriegt es immer voll ab. Hey, jetzt schon wieder. Voll gut gemacht, das Spiel, ne? Verdammt gut. Wie? Ich bin hier unerwünscht? Warum bin ich denn hier unerwünscht? Den sage ich hier. Hallo. Oh Gott. Ich hoffe, wir kommen ganz schnell an diesem Level vorbei. Das ist so ein bisschen, die Musik erinnert mich so ein bisschen, das Nervige, wie Asterix und Obelix, die, die, wie viele Prüfungen sind das? Und die Prüfungen, wenn die auf der Insel der Aphrodite kommen und die, die, die Weiber da singen. Oh mein Gott, das ist so ein schreckliches Stück. So. Okay. Okay, der Pfeil sagt wieder zurück. Aha. Okay. Ich weiß, ich weiß, du hier den Floh danach. So, was auf. Floh schmeißen. Dann müssen wir oben drauf springen. Nein, du bringst mich zurück. Kann ich irgendwas machen? Geh auf den Baum. Hol das Zeug. Was macht der denn da? Was macht der da mit dem Baum? Ab 18. Zensiert. Ja. Ach du, wer sich freut. So, Nummer 1. Was passiert? Oh mein Gott, was kommt denn da? Oh mein Gott, was kommt denn da? Das Spiel ist so krank. Das Spiel ist so krank, irgendwie. Okay. Das war dann wohl die falsche. Dann rütteln wir mal an dem Baum. Party. Das ist so krank. Das ist so krank. Das ist so krank. Das ist so krank. gezeichnet. Muss ich irgendwas machen? Ah, ich kann was machen. Könnt du noch eins essen? Und jetzt? Okay. Ich mach nochmal Ente rufen und gucken nochmal ganz kurz, was dann passiert, wenn ich da hinten hingehe. Weil er will ja nicht mich haben, sondern... So, jetzt kann ich doch gehen, oder? Ne? Ja, das ist so gut. Kirche vielleicht? Nein, okay. Wie? Das bin ich doch gar nicht. Gebt mir das her. Ich bin das nicht. Mann. Das ist da. Die muss ich haben. Die da oben. Aha. 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 Hey. Die hat... Die hat... Die hat es auf mich geworfen. Was ist mit dem hier eigentlich? Wenn ich hier gegen haue? Was passiert hier? Ah, hier unten... Hinten ist irgendwas runtergefallen. Ich wollte auch schon mal immer eine Spinne sein. Juhu. Geh doch hoch. Ganz ehrlich, würde ich aber gerne die auch nochmal versuchen. Komm, wir holen die jetzt alle runter. Vielleicht müssen wir einen Mix machen mit allem. So, jetzt habe ich erstmal alle hier unten. Das geht mal ganz kurz zum Dicken. Äh, hallo? Yeah. Kuckuck. Vielleicht mal hier draufklicken. Gucken, was die sagen. Aha. Hat jemand eine Idee? Hier. Nimm das. Ist da reinsteckt. Und jetzt? Oh, krass. Okay. Hm. Klon die Spinne. Aber ich klone die ja nicht einmal. Ich klone die ja 600 Mal. Warte, erst mal stopp von dem hier wieder rein. So, tschüss. Ja, bin ich, 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 ich... Wir kommen lassen. Ich komme, ich komme, ich komme. Ach so? Ich komme, okay. Ehh. Ähm. da machen wir anders wir machen es anders die klonen die klonen pflanze war die weil es die gelbe weiß die blaue weiß nicht mehr das war glaube ich nicht nur mal testen die klonen okay das ist die klonen okay so viele spinnen ich kann ja nicht steuern das problem ist ja das ich kann ja nicht steuern wir wieder gegessen also die blaue ist von doppeln oder vor zehnfachen die rote haben wir vergessen was die rote die rote war die ente die gelbe war die spinne die grüne war der dicke was haben wir denn noch mehr und erstmal wie die spinne ich habe die spinne war bisher das beste so aber ich brauche die blaue der schmeißt ja der schmeißt doch die bäre auf mich ich nehme ganz kurz die spinne vielleicht schaffe ich die zu schnappen die bäre wenn der die auf mir auf mich meist ich brauche die blaue wäre ich brauche die blaue wäre glaube ich oder so jetzt gehen wir hier an die blaue wäre und also wenn ich bin ich den ich könnte ich bin da kann ich nicht verdoppeln glaube ich wir testen es einfach mal was der verwandelt sich automatisch in die ente das war mein wahres ich also ich könnte fragezeichen klicken dann ist das das ist glaube ich das fragezeichen oben um hilfe was ist das hier das haben wir noch nicht versucht stimmt das haben wir noch nicht versucht wir haben ja noch den den kleinen gnomon nicht versucht einige sachen zu fressen so jetzt geben wir die gelbe gucken was jetzt passiert zwei spinnen zwei spinnen jetzt haben wir zwei spinnen respekt dankeschön perfekt perfekt und jetzt gehen wir es auch holen jetzt machen uns das auch noch zu spinnen und dann geht voll gut das ist so gut gemacht so auch noch so simpel simpel gezeichnet und trotzdem so schön ja ich finde ich bin voll gut die gefällt mir so und jetzt ein bisschen aus wie notorious p.a.g. gib den kassel bob wieder kassel bob was war denn eigentlich mit der blauen gar nichts block stalker was haben wir jetzt hier für was ist hier götterspeise schwabel schwabel pudding käse bob respekt du kannst gerne mal in den disco channel kommen da kannst du gerne ideen schreiben wenn du irgendwelche videos meinst die genau gemacht werden müssen das kannst du gerne dazu schreiben ja geh mal her boah das götterspeise ist aber böse ok teller wegziehen kling ich mal auf mich kann ich nicht okay ich bin jetzt auch so geil sehr gut oh mein gott mein frühstücksei ich dachte du hast morgen zum frühstücksei nein die machen doch überhaupt nicht ein nach dem anderen ne das war ich übrigens halt mit der maus ja ja ich bin ich bin ich bin ja du 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 10 Monate Matrix, nicht schlecht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020